und irgendwas geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Part von unglaublich Minecraft VitaBs Ultimate BOOM PAY! Das war jetzt eine Anspielung auf Ungespiel, aber ist egal! Ach ich muss ja noch R rein welche Anspielung? Keine Ahnung, ist auch egal Ich bin natürlich sehr froh, dass ihr wieder bei mir auf dem Kanal seid und nicht bei jedem da drüben Das erfreut mich am meisten Wir machen jetzt nur noch Videos für deinen Kanal Genau Ich lade ab sofort zwei Videos am Tag hoch Eins ist von mir und eins ist von ihm und beide auf seinem Kanal Also checkt seinen Kanal nicht aus Ja gut Ja, ich finde eigentlich, dass man jetzt in einem Moment sehr viel mit Elektrospeicher Warum ist das hier vor 303k Couplestone Seit wann leuchten das alles Ach du heilige Scheiße Achso ja, ich war halt ein bisschen aktiv Das ist übrigens davon, dass ich hier schon mal war, aber das war auf Screen Das könnt ihr nicht wissen Hatte ich aber glaube ich schon mal gesagt, dass ich irgendwo mal ein bisschen hingelaufen mit Hier müsste auch irgendwo in der Nähe in Village Ich will nicht sagen, aber ich sage mal kurz die 64k ist bald voll mit Items Und oben ist alles voll Unten sind zwei komplette Disco driver voll mit 4k und die 64k voll Ja, das weiß ich Hast du da schon unten mal Recycler wieder gemacht? Sonst würde ich das mal gerne machen Du hast doch gesagt, du hast alle angemacht Du hast gesagt, du hast alle angemacht Das waren deine letzten Worte In Gottes Ohr Gott hört mir zu Warte, ich hör kurz hin Die laufen Ich hör alle angemacht Siehste 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 Ach du heilige Scheiße Ja, na Wie gesagt, ich war lange auf Screen Online Also das ist nicht so verwunderlich Weil durch die Query kriegen wir ein ganz gutes Plus dazu, auch wenn alle laufen Nur sofern die halt weg ist Wo bist du gespawnt, Skelett? Wo bist du gespawnt? Äh? Ach, hier wieder hinter Ne, das boh Ne, 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 mach ich nicht Was ist denn ein Oblivion Frame? Die Frames sind für die Bienen Oblivion Frame Ich guck grad, ob das was anderes ist Das ist was anderes Nein, das sind nicht aus Für die Bienen Ehrlich? Das sieht überhaupt nicht aus Wie Ich kann dir das kurz erklären Was das macht Euch da draußen natürlich auch bei Ihnen kommt das Ganz komisch vor Wieder hier mit ihm nur zu reden Obwohl wir hier in der Gruppe sind Ähm Die Oblivion Äh die ganzen Frames Sind dazu da Die Bienen schneller Ähm Zu weiterentwickeln Produzieren Oder sonstiges zu lassen Dafür gibt es welche Welche die man grafen kann Und welche die man äh bekommt Wie die Nora Frame Und sonstiges Die bekommt man äh Äh die muss man sich Woher holen Und wie er gerade Vielleicht so äh Durch erkämpfen Die einfachste Frame ist die Impec Äh die Im 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 Impegnit Frame Und dann steigert sich das Natürlich äh Zu Chocolate Uff Natürlich gibt es ja auch mit Eisen Die halten immer länger Äh und ja das Da kann ich natürlich etwas Erklären das nicht so und ob lewin ist das gut ja nein vielleicht ich sag jetzt mal ja weil die habe ich noch nie benutzt gehabt und habe mich da auch nicht groß informiert aber ich glaube ich mal erst mal hier hoffentlich sterbe ich jetzt nicht gleich noch mal jetzt gerade eben schon ein bisschen am starr erben so funktioniert ja ganz gut wir haben jetzt gleich acht mobs borne ich weiß nicht wie es jetzt wird aber ich lasse ich lasse jetzt mal 264 kars deutsches durchlaufen die kosten zwar ein bisschen aber ja die kosten relativ viel aber es ist okay hauptsache wir haben gut speicher ist das wichtig wir gucken wir jetzt in das moment waypoint wir hatten ja hier all möglichen zeug hier schon gemacht und so ja ich habe eine ganze menge taumium engels gefunden okay das ist nicht schlecht so wir gucken erst mal hier und bevor was bauen schnell bevor es sagt man leute kennt sie einfach nicht draußen aus mit ortung von handys wenn ihr schreibt euch bitte hier jetzt fängt er da wird schon im part an weil ich brauche jetzt kann paula dann ist gelett mit verzauerten bogen kurzerklärung ich war wieder mal bei meinen älten und da habe ich mein handy ein bisschen aus den augenflächen lassen und kann und jedenfalls möchte ich hier ist der kopf dicker jetzt habe ich mir groß ist das schwarze ich aber wo ist eine andere geschichte das ist aber wirklich schon freundlich schon sorgen gemacht wo kann das jetzt hin sein und 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 am ende hat sich herausgestellt dass man mit mit dem google nehmen mit einem eindeut manager das handy angeblich orten kann das soll aber hier meine nähe sein dann wird es aber wieder nicht gefunden ich habe es erst mal sperren lassen hoffentlich hat es geklappt aber gut ich bin da mal gespannt ob da was rauskommt wenn nicht dann werden die natürlich als zweites hier fragt du signis und per motion wenn ihr natürlich als erstes mit bescheid gesagt damit ihr euch über mich auslagen könnt fragt dieser satz war grammatikalisch im deutschen sowas von falsch so ich lass jetzt erst mal ein bisschen gern Pauler Ritz Zauberrei dieses Prozene hier ich kann mich nicht wehren du und deine blöde Magie jetzt griff die Magie nicht an alle TNT bringt zu viel Koppelst und Koppelst ne weg damit Koppel in dem Anfang ein Haar ich habe ich auch gerade mörderlich verstreckt habe ich glaube ich überhaupt nicht gesetzten Koppelst und dann brauchen wir Ignis Ignis ist ja hier durch Eisen müsste ja Ignis sein so erstmal zum ME System dann sieben Minuten vom ersten Part vom ersten vor allen Dingen sieben Minuten vom Part der Schwärung und Permission ok also knapp und sieben im Maul Block 29 und gehen was am Pumpkin Pire und immer besser Milo und sie ist aber mit uns zusammen mini überhaupt nicht muss 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 erst welche suchen gehen 34 wird sich erstmal und dann kannst du aus einer melone ein belohnt aber das müsste schon reichen wir werden das kleine hölle sehen ich bin etwas wahnsinn etwas oh mein gott nein nicht nicht schlau rum legst du dich nicht ins bett 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 habe ich gesagt sie erst mal glatt was trinken dass meine lunge sowas von trocken wir brauchen Papier und wenn es ein und alle die sich jetzt wollen wir haben eine Lunge ist trocken ich rede schließlich mit dem Magen er ist es in der Heilung Marta aber egal ein Kniss und Kniss so Freunde ich habe was vorbereitet für diesen Platz das auch zum einen halt für das ist dieses Borne halt gesucht hat er hat er letzten Part schon habt ihr aber nicht geholt und diesen Part habe ich was vorbereitet und zwar habe ich schon unten noch ein bisschen weitergebaut und ich habe wie gesagt etwas ausprobiert und zwar ob das ganze funktioniert ja es funktioniert ich habe auch die getesteten Materialien wieder entfernt also keine Sorge es ist nichts geteatet also vielleicht ein oder zwei Rotten Flash aber naja ihr wisst ja ist halt nichts so das Enchantment Book wollte ich eigentlich wegpacken das egal so hier habe ich in der Kiste wieder meine ganzen Materialien drin und ich wollte das eigentlich mit einem Liquiddukt machen fällt mir gerade auf also mit einem mit ein paar müssen wir mal kurz ein paar Liquiddukts holen da habe ich ja welche von hier drinnen WTF Leute okay das war ein bisschen zu laut die sollen theoretisch mit einem Redstone Signal funktionieren ich weiß allerdings nicht ob es nur ein Redstone Signal ist oder eben nicht mir ist gerade aufgefallen dass ich keine Musiker habe wie kannst du es wagen ach ja hatte ich übrigens im letzten Part auch ganz viel ganz ehrlich ich muss demnächst echt wieder eine kleine nennen wir es mal Shopping Tour machen also ich muss mir halt Musik runterladen ich glaube man hört wie ich spame Alter ich verbrauch fast ein Stack ach Lick oh fuck hier Liquiddukt ein Harden Glass zwei Copper Ingots Harden Glass haben wir noch mehr als genug nehmen wir mal eins, zwei, drei, vier, fünf Harden Glass und zimmern da mal ein bisschen Copper rauf Copper haben wir ja zum Glück ganz ganz wenig wir haben sogar so wenig dass es mittlerweile oben in die Frames mit übernommen hat in die Monitors weil es eben so wenig ist ja ganz wenig viel zu wenig da müssen mehr da muss viel mehr aber 3.000 ui nice Tizza 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 ich weiß wie laut ich bin drei, drei, vier, fünf komm komm nicht mit Gunpowder Geiße ich habe vergessen dass hier noch Dings Harden Glass drin ist egal jetzt habe ich einen Stack Liquiddukt verdammt tschüss das wollte ich eigentlich nicht da haben wir Gunpowder ja Gunpowder ja und für die die Liquidierung des Autospawners mit der grünen Suppe ich nenne die jetzt einfach immer nur noch grüne Suppe ich finde die Namens viel der ist actually das klingt cooler Magic Tello achso ja jetzt haben wir ein bisschen grüne Suppe geteatet 1700 ich hoffe das ist nicht schlimm grüne Suppe? weil stimmt das das konnte ja die die Monster wie heißt das Zeug Monster Essence habe ich jetzt ein bisschen geteatet weil ja ich habe das ich habe es halt ausprobiert ob das funktioniert ob das ganze System hier funktioniert also wenn ich da ich habe da jetzt einfach Monsters gespawnt ein bisschen paar Zombies äh das sieht mir nicht aus als ob es aus ist so Ignis Ignis haben wir ja noch hier du aus oder bist du an ey du änderst deine Farbe auf jeden Fall nicht du doof fällt mir jetzt nicht so an dir wenn ich so ehrlich bin Liquid ist jetzt aber gut dass es nur in den Tank rein fließt und nicht wieder raus wir können nicht wieder die Eier nutzen das ist gut ja theoretisch äh kommt dann halt hier der hin und hier ist mal das ha Eier ja das ist jetzt ein bisschen doof ja und wie wir das hier machen das werde ich auch noch und hier hinten kommt nämlich auch noch was hin da muss ich nämlich nochmal einen Tunnel bauen äh Copper Iron bla 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 alles unwichtig ich weiß nicht was man mit dem macht aber ich habe jetzt mit Schettel so dann müssen wir von hier äh das war dämlich das war richtig dämlich was heißt denn when there when there is treib im chat äh aber ich kann nämlich nie kurz schreiben ich kann es mir nie merken treib ich kann es mir nie merken im chat schreibt ey was kann denn an es wird ja garantiert renderer jetzt geschrieben renderer renderer e n d e r ja 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 ich weiß schon aber wenn eine Ahnung hätte ich gesagt mit einer torch of magic hm das ist jetzt dezent dämlich Mist also ich will sagen keine Ahnung hm gut Plan A Fehlschlag Plan B ok all of the magic tarot you need add for ja gut wie oft müssen sie denn da rein eigentlich ja quasi gar nicht oh das ist doch nicht euer ernst hier immer noch rrrr jetzt werde ich langsam zum korpus unglaublichen korpus delicti hier korpus halt bunte Wasser korpus delicti nee den nie das ist aber schade okay wir brauchen irgendwie nen zugang dahin ich bin dezent scheiße fuck oh ich muss mal kurz ah mein fuß eingeschlafen verdammt hm ich hätte gern dahinter nen eingang also hier da so halt ja ihr wisst schon you know what i mean so jetzt habe ich drei magic tollo und ich weiß nicht was ich damit mache läuft so hier läuft alles seinen gang so ja hier drin brauche ich eigentlich nichts machen es ist einfach komplett sinnlos ich könnte von hier aus vielleicht runter gehen und dann da drüben nochmal hoch das wäre eine möglichkeit taumiumcrafter wichtig für die zucht verschiedener baumarten ich glaube das wird auch nochmal wichtig das mache ich jetzt noch wie weit muss ich runter gehen 2 ne 2 von der Ebene wie weit bin ich jetzt runter auf der Ebene hier muss ich bleiben ok dann bin ich jetzt 1 2 Ebenen zu weit runter ok ist aber bewusst nicht dass jetzt hier jemand denkt ey was ist das so ein vollidiot jetzt rechnet der das auch so macht es dann trotzdem nicht hat so seine garünde genau deswegen genau deswegen so jetzt können wir nämlich ganz entspannt hier nach hinten graben und zwar um 1 2 3 4 blöcke ja auch das hat seinen grund keine sorge bei ich sehe schon mehr nichts ihr wahrscheinlich auch nicht bei 4 bin ich gelandet oh bei meinem tank Sperrgebiet ok leider liegt das gerade nicht bei mir hm echt schade ok Sperrgebiet verdammt ah enge connections aber egal so wenn wir jetzt das ja alles zu machen so komm halt hier lang und können ganz entspannt hier wieder rein hier kommt noch eine iron door hin ach der park geht übrigens mittlerweile 18 minuten ok gut äh diesen taubium krafter werde ich dann ein bisschen äh außer der rolle dann später machen ich würde es echt gerne jetzt mal kurz ausprobieren ob es funktioniert dann mach also ich cheat jetzt mal kurz on screen weil ich nicht da auspummelt bei man of the world hey kannst du mir mal erklären was gerade passiert ist du kannst du auch die große kugel oder welche große kugel die ich mir mal herstellen kann welche große kugel kannst du dir denn herstellen die nicht viel mit der power armor ich bin so schlau ach so die aus deiner hand schießen kannst du oder was lol jetzt sind wir ja was mit der die hat die stadt gegen die wand hat sie gegen gegen den boden geschossen und hat mich getroffen ok weil da wisst wie weit das alles geschleudert hat ja und so habe ich seit ausprobiert und eh wegen dem signal daneben ist hier was drinne nein da funktioniert das nicht wieso funktionieren die liquiducts bei mir nicht alle anderen powern die und dann funktionieren die und ich bepower die nicht und bei mir funktionieren die und wenn ich die bepower funktionieren ja auch ach so egal die stellen jetzt erstmal weg irgendwie was damit machen nein ich check es nicht wie funktionieren liquiducts wenn ja klar es soll ja da alles rein so ist es ja nicht aber es ist halt ja du könntest nicht helfen ich bin in der hölle form ja es fließt instant ab das soll es gar nicht das soll es gar nicht dürfen an der stelle weil wenn ich den jetzt so spawne funktioniert es ja auch powerarmor ist noch kurz idle ja funktioniert auch fließt sofort ab soll es aber eigentlich nicht das ist echt echt nicht gut so wegcheaten gut aber es ist nicht schlimm denn dann ist es jetzt halt so denn ja egal muss ich damit klarkommen dass ich halt das auf jeden fall das absaugen nicht verhindern kann in irgendeiner art und weise ist halt unmöglich an der stelle schade dass ich damit nicht farben kann hier darf ich nichts hin platzieren hier darf ich was hin platzieren das war einmal zu viel so zack zack hier darf ich was hin platzieren und die beiden voll der hebel legt da oben die beiden in gang dass die die wolf da oben auch bepowert wird also dass sie halt aussaugt wir sind bei 21 ich habe zeit ich habe heute verschlafen aber es ist mir scheißegal ja ich habe nicht so viel zeit dann wenn du ein partner möchtest und du denkst das ist Zeit genug ich finde das immer noch cool ich finde das immer noch so cool wenn du denkst es Zeit genug für den Sandmann dann bände den Part dann kannst du dann mal gucken gehen ja gleich eine sache mache ich noch ich möchte da noch ein das das was das muss jetzt an der Stelle noch sein ich weiß nicht ob ich das überleben werde ich brauche die glass cover und ich brauche die cobblestone cover die wenig Glück haben ich überlebe das locker b**** b**** 512345 so Glück können wir uns genug machen zack BAMS, Panel, BAMS, Cover so sollte reichen habe es jetzt nicht ausgerechnet aber reicht locker ja vier fünf ah hier liegt fünf brauchen wir aber zuerst Alter selbst das Dach hat es ja geschleudert what hm so und wie gesagt da hinten kommt eine Eisentür rein also don't worry be happy ok so das sollte eigentlich nicht passieren so 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 und so so wie an den Wänden überall so dann habe ich mir gedacht so überall wenn es funktionieren würde vor allem nein warte mal kurz ok da unten ist auch noch ausgeleuchtet finde ich gut ja und hier zwischen ist halt einfach nichts so mir fällt auf dass ich bald wieder ein paar Dings bräuchte paar Plätzchen hier ist auch noch ein Almen mit einem Blättchen ja ich brauche Papier ja ich brauche Papier achso so kann man auch reingucken hier zwischendrin ist es komplett safe weil hier nichts spawnen kann ja könnt ihr jetzt hier auch noch Kabelstone drauf machen und da oben auch noch aber das möchte ich an der Stelle jetzt nicht so so haben wir ein größeres Fenster und ich möchte die halt da und da haben dann verdeckt das die Kabel hier haben wir halt nur trotzdem eine kleine Schauwand sozusagen ähm und ich nehme halt nicht Glass Viewer weil naja würde halt zwar alles voll sein dann aber da unten die Kabel sieht man dann das möchte ich nicht vielleicht mache ich irgendwann doch Glass Viewer rein das weiß ich noch nicht äh das entscheiden wir spontan dann mal irgendwann wir haben jetzt 2000 Monster Essence etwa so sorry ja und ich würde sagen das war es für diesen Part ich hoffe es hat euch gefallen lasst Kritikkommentare und Bewertungen da und für den Fall dass ihr nichts verpassen wollt drücke auf abonnieren und ihr bleibt auf dem neuesten Stand was alle Projekte auf unseren Channels angeht Minecraft und auch andere Projekte und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten Video wieder bis dahin bis dahin euer RackioenStarplay damit und und der beste Lumler auf der ganzen Welt der LumLomatic 3000 Peniskopf auch tschau tschaaa Juhu 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 Juhu